Ich habe vor dreieinhalb Jahren bei Sykes angefangen. Ich habe einen Job gesucht und da ich Mama bin, habe ich was gesucht, was einigermaßen gut planbar ist und bin hierher gekommen und habe als Kundenberater angefangen. Ich bin bei Sykes at home und bin in einer Störungsannahme und helfe den Leuten, Fernsehprobleme, Telefonprobleme, entweder aufzunehmen oder direkt zu entstören. Es ist das erste Mal im Angestelltenverhältnis, dass ich keine Schmerzen bei der Arbeit habe. Der Spaß ist an der Tätigkeit, dass ich mit vielen Menschen zu tun habe, wenn auch nur telefonisch, aber ich habe eben hier auch die Möglichkeit, Menschen zu helfen. Man stellt sich immer so vor, at home ist man ganz alleine und man sitzt in seinem Kellerchen und keiner redet mit einem und man muss alles alleine machen und man kommt gar nicht mehr raus. Das ist bei uns ganz anders. Ich muss sagen, seit ich zu Hause arbeite, rede ich viel, viel mehr mit allen Leuten, weil ich ständig vor meinem Rechner sitze und über ganz viele Chat-Tools und Videokonferenzen mehrmals am Tag mit meinen Vorgesetzten und auch mit meinen Kollegen spreche, sodass der Austausch sehr, sehr rege ist und ich würde sagen intensiver, als wenn man im Center sitzt. Man erspart sich den ganzen Arbeitsweg erstmal in erster Linie. Man ist wesentlich freier in der Arbeitszeiteinteilung. Das Beste ist, dass ich keinen Anfahrtsweg habe und das bietet mir die Möglichkeit, mein Kind beim Aufwachsen zu sehen. Also für mich persönlich ist die Work-Life-Balance, seit ich bei Atom bin, wesentlich besser. Bei uns im Projekt ist es so, dass die Mitarbeiter sich ziemlich frei einteilen können und ziemlich frei entscheiden können, wann können sie arbeiten. Das besonders für Muttis, Studenten, Leute, die noch einen Zweitjob haben, einfach super zu vereinbaren, weil sie ihre eigenen Arbeitszeiten festlegen können und vielleicht abends noch mal zwei Stunden arbeiten, morgens zwei Stunden arbeiten, sodass das eigentlich in jede Lebenssituation einplanbar ist. Und dann gibt es halt noch diverse Bonusprogramme und so, die halt sehr interessant sind und man versucht schon die Mitarbeiter, weil sie halt schon für sich zu Hause arbeiten, zu motivieren damit. Atom-Mitarbeiter sind zufriedener, weil es ein allgemeines Teamgefühl gibt, was virtuell vorangetrieben wird. Ich kann es jedem nur empfehlen, der sich dazu berufen fühlt, von zu Hause mit einer höheren Flexibilität und eigenständig zu arbeiten. Dann ist Atom für ihn die ideale Lösung. Was mir persönlich besonders gefällt, ist dieses flexible Arbeitszeitmodell aus dem Homeoffice heraus und was unter anderem einige Vorteile mit sich bringt und zwar Zeit und Kostenersparnis. Und was ich alles so während meiner Splitschicht-Pause mache, ich persönlich mache Splitschicht, das zeige ich euch jetzt. Sowas geht nur, was Zeigs at Home.